Ich möchte nun einmal die Perspektive an diese DVD-Hülle anpassen. Dazu werde ich Ihnen das Fluchtpunkt-Werkzeug zeigen. Ich habe Folgendes vorbereitet. Ich habe auf der untersten Ebene die DVD-Hülle, also dieses Bild. Und ich habe jetzt eine weitere Ebene gemacht mit dem Namen Fluchtpunkt. Ich werde diese nun aktivieren. Und ich möchte gerne hier diese Datei dann an die DVD-Hülle anpassen. Um das tätigen zu können, sage ich mal alles auswählen und werde das in die Zwischenablage kopieren. Ich gehe zurück zu meiner Hülle. Und gehe auf Filter Fluchtpunkt. Nun werde ich hier links beginnen und einmal eine Flucht aufziehen. Für das benötige ich vier Punkte. Und diese Punkte, je genauer ich die Flucht setze, desto genauer wird natürlich dann mein Endresultat. Ich gehe nun an diesen mittleren Punkt mit gedrückter Command-Taste und ziehe hier dieses Gitter einmal in diese Richtung auf. Es hat nun einen 45 Grad Winkel. Ich gehe in den mittleren Punkt, drücke die Alt-Taste und werde nun diesen Winkel in etwa so anpassen und wieder zusammenziehen, sodass im Bund der Hülle ein solches Gitter entsteht. Erneut wähle ich die Command-Taste und ziehe hier nochmals auf. Und Sie sehen, die Richtung stimmt überhaupt nicht. Ich lasse die Maus wieder los und drücke die Alt-Taste und aus der Mitte heraus kann ich nun diesen Winkel anpassen. Das könnte man hier oben auch numerisch tun. Ich ziehe hier bis in etwa so auf und nun sage ich einfach mit Command-V mein Bild einfügen. Ich ziehe dieses Bild jetzt in die linke Hälfte und Sie sehen, es passt sich nun an meinem Gitter an. Die Datei stimmt nicht ganz genau. Ich platziere das mal hier in die linke obere Ecke und sage einfach mit T, ich möchte das Ganze noch etwas transformieren. Und dann kann ich hier nach rechts ziehen und ebenso etwas nach unten ziehen. Danach sage ich OK. Nun möchte ich eigentlich diesen Glanz der Hülle erhalten haben in meinem Bild, in meiner Kombination. Dazu gehe ich nun auf Linear abwählen. Und dann erkennen Sie die Glanzlichte, die auf der Folie, wo ich ja mein Papier eigentlich zwischen die DVD-Hülle und diese Folie lege, zu tragen kommt. Das ist jetzt etwas zu stark aufgehellt. Ich kann die Ebene einfach duplizieren. Das mache ich jetzt mal und sage Farbig nachbelichten. Dann wird es zu dunkel. Ganz einfach deckhaft so weit zurücknehmen, bis Sie in etwa sagen, so könnte es hinter der Folie in etwa ausschauen. Das ein anderer Weg, um etwas einer Perspektive anzupassen. Das ist jetzt wieder einmal. Bis zum nächsten Mal.